Ab Februar starten die Ausbildungsmessen bei uns in der Region Stuttgart. Das startet mit der Hands-up im Stuttgarter Rathaus, geht dann weiter mit der BAM, der Berufsausbildungsmesse in Ludwigsburg. Gefolgt in Böblingen von der Ausbildungsmesse des Handwerks und geht dann noch weiter in Esslingen. Die Karriere in Esslingen wird im März stattfinden und wir haben auch Messen im Remsmo-Kreis und auch in Göppingen. Die genauen Termine für die Ausbildungsmessen stehen bei uns auf der Website und werden immer aktualisiert. Das Tolle an den Messen ist, dass die Schüler sich allgemein über einen Beruf informieren können. Bei uns sind natürlich speziell für die einzelnen Handwerksberufe. Und dann meistens auch selber ausprobieren können. Wir sind dort mit der Kreishandwerkerschaft in den Innungen vor Ort. Und die haben dann die Möglichkeit, etwas auszuprobieren, selber handwerklich tätig zu werden. Es sind auch oft Auszubildende aus verschiedenen Lehrjahren dort, die man auch interviewen kann, wo man direkt ins Gespräch gehen kann und sich die Infos aus erster Hand holen kann. Der Vorteil für die Betriebe ist, dass wir das Handwerk repräsentieren und aufzeigen können, dass es viele Ausbildungsmöglichkeiten im Handwerk gibt, wie verschieden und vielfältig das dort ist. Und damit aktiv Nachwuchswerbung betreiben können, stellvertretend für die Betriebe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017